Ich weiß jetzt, dass alles, was ich an Süßem, wirklich Süßem habe, nichts war, was ich geplant habe. Frauen sollten viel mehr kämpfen. Ich finde es nicht fair, dass wir uns nicht ab und zu in eine gute Kneipenschlägerei stürzen können. Wir würden eine Menge Dinge herausbekommen, die wir eigentlich verdrängen sollten. Anfänge sind normalerweise beängstigend, Enden sind normalerweise traurig, aber es ist die Mitte, die zählt. Daran muss man sich erinnern, wenn man sich am Anfang befindet. Ich bügle gern. Bügeln ist Komfort. Es ist Kontrolle. Ich bin eine verrückte Person, die gerne dafür sorgt, dass alles an seinem Platz ist. Ich bin ein großer Ball voller Energie, Organisation und Struktur. Vergessen Sie nicht, ich bin halbdeutsch. Ich habe das Surfen aufgegeben. Die Entwicklung der virtuellen Welt hat mich wirklich erschreckt. Da draußen geht es zu, wie im Wilden Westen. Mein Verstand arbeitet unermüdlich. Ich bin auf jeder einzelnen Ebene schwierig. Ich bin mir bewusst, dass ich nervig sein kann. In großen Mengen kann dich alles umbringen. Sogar Glück. Ich habe nie etwas getan, was jemand anderes wollte. Deshalb denke ich, dass ich glücklich bin. Ich muss jeden Tag darum kämpfen, mein wahres Leben zu leben. Frauen sind wie Öfen. Wir brauchen 5 bis 15 Minuten, um warm zu werden. Frauen sind wie Merede. Nach dem Schiff des H Avenes auf einigen. 꼭ACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACH Arabalt millennium held McMaster